Ja, schau mal, wer da ist, Kevin, jetzt kannst du dir mal ein tolles wünschen, aaaaaaah! Mann, holt doch dein Maul, du Gschiss, nicht auszuschneuen! Der Nächste! Der Nächste! Oh Gott, was wünscht er? Was wünscht er denn? Spinnst du, du Mungo? A Playstation auch in so'n Teppen! Gott, hau ab und wünscht er, schneid's dir hier, du Grippe! Hey Nikolaus, weißt du, dass mir gar nicht passt? Gott, du jetzt mal! Echt jetzt? Mmmh, Schurkress 46! Nein, das ist mir auch gerade noch angegangen, Kruzifix! Den Gschiss, ich hab mir noch eine Zigarei von der Haustier! Das dürfen alles nicht wahr sein! Danke, Merkel! Kruzifix, ich hab's euch gesagt! Oh Gott, der Nächste! Was möchtest du? Bist du's Nikolausi? Nein, der Spongebob! Jetzt sag mir, was du möchtest! Ähm, Babi? Ah! Du kleine, verrückte Mistmatz! Gibt's das? Kriegner! Du suchst dir zu viel Heu wie Eis auf, weil du wieder bummvoll ausweichst! Und du Nikolaus? Und weißt du, was ich gar nicht verstehe? Gott, ich kann's nicht mehr hin! Heut doch's mal! Äh, Spanisch? Nächste! Ich hab' du dir ein wenig um! Ah, was möchtest du? Ja, ein Fint mehr Drescher! Alter! Was für ein Drescher? Ja, ein Fint tue ich, oder? Alter, bist du nicht ganz sauber? Mach's was, was der kost? Schleich dich! Ich spinne ja alle, wenn du mich fragst! Hm! Also gehen wir mal alles in Ruhe durch, was wir für heute alles brauchen! Dann, für die Mämm liegt sie im Hof! Der Strom für die Oma steht im Schrank drin! Und der Papa sagt, der besorgt sich seinen Schmeizler selber! So weit da hat alles passen, glaub ich! Eine Kastendunkele halb und Cola stehen rein im Keller... Und für den Gasmus? Also, eigentlich sollt alles sie passen! Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich der Mämm den richtigen Kirsch für den Gasmus aufgeschrieben hab! Bis zum nächsten Mal.